Und das ist wirklich ein Meilenstein. Als ich das hier gefunden habe, dachte ich, ich muss alle Leute ermorden, die mir dieses Buch vorenthalten haben. Anke, machen wir noch mal imprompto? Nein, wir machen keine imprompto mehr. Nein. Jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden und sehr, sehr coolen Teil. Denn wir freuen uns heute wirklich sehr. Wir haben zwei besondere Gäste mitgebracht für unser Intro. Zum einen den Nils Fleging und den Peter Boll. Ja, genau. Und die zwei Partner in Crime vereint die Leidenschaft, pointiert und nicht selten auffordelnd dazu einzuladen. Die Organisationswelt von X auf Y zu krempeln. Ja, und wir sagen noch mal ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns und ja, legt los, ihr Lieben. Danke, danke. Nils, schön, dass du mit dabei bist und dass wir das zusammen machen. Wir haben ein gemeinsames Anliegen auch immer, wenn wir an Management denken. Magst du da zwei Sachen dazu sagen, zwei Worte? Na, ich denke, einer der Anlässe, warum wir dieses Thema uns gewählt haben für diesen heutigen, für diesen kleinen Impuls, Managementgeschichten, Managementgeschichte, Managementgeschichten in der doppelten Bedeutung. Einer der Gründe ist sicherlich das wunderbare White Paper, das jetzt endlich in deutscher Sprache erschienen ist. White Paper Nummer 17 des Beta Codex Network. Heute ist das 25. deutschsprachige Meetup. Das ist das White Paper Nummer 17 des Beta Codex Networks. Und es ist gerade erst auf Deutsch erschienen. Vorher war es ja noch auf Englisch erhältlich. Das ist halt wirklich ein Paper, in dem wir den Versuch machen, wunderbarerweise übrigens übersetzt von Diana Mock, Elisabeth Sechser und Hans Schölch, in dem wir den Versuch machen, die Geschichte des Management so zu erzählen, wie sie wirklich war. Es klingt so ein bisschen komisch, als ob die Geschichte des Management inkorrekt erzählt wäre. Das ist aber tatsächlich so. Und in dem Paper bröseln wir das auf, warum man die Geschichte des Management eigentlich ganz anders erzählen sollte, als die Erfindung zweier Managements, die da vor 110, 120 Jahren stattgefunden hat. Mit zwei Schulen des Management, die Tayloristische Schule, wie wir die dann nennen in dem Paper, die Folletianische Schule. Die offizielle Geschichte, wie man das in Lehrbüchern findet, von Management beginnt mit Frederick Taylor und mündet dann in so eine klassische Schule ein. Da gibt es eine Humanized Schule. Mary Parker Follett beispielsweise lässt sich in diesem Narrativ von Management-Geschichte gar nicht verorten. Das klassische Narrativ von Management-Geschichte ist tatsächlich falsch. Das können wir jetzt behaupten, ihr könnt es aber nachforschen. Ich habe bestimmt so einen Stapel von Management-Geschichtsbüchern, in denen überall so ein verkorkstes Narrativ drin ist, in dem Mary Parker Follett beispielsweise überhaupt nicht einpasst. Es darf sie gar nicht geben, diese Person. Es gibt sie aber. Das ist ein Fakt. Und wir haben in diesem Paper das halt mal umgedreht und es so dargestellt, wie es wirklich war. Und na ja, eigentlich glaube ich, Silke Herrmann und ich, wir haben dieses Paper ja vor zwei, drei Jahren veröffentlicht. Ich glaube eigentlich, das sollte hohe Wellen schlagen. Aber es gibt nicht nur eine Version der Geschichte von Management, es gibt mehrere. Und dazu haben wir uns auch noch ein paar Bücher ausgesucht für den heutigen Tag, die wir euch nahelegen und vorstellen möchten. Sozusagen persönliche Top Four. Genau. Und dann machen wir einen Counter. Das erste Wort bei mir, das letzte bei dir, Nils. Was hältst du davon? Guck mal an, was ist dein Top Vier Buch? Meine Top Vier, wir gehen von Vier runter, ist tatsächlich ein Buch von zwei aktuellen Wirtschaftsprofessoren. Das ist Past, Present and Future of Sustainable Management, das genau wieder in diese Richtung geht. Also ich mag diese Professoren, weil diese beiden, der Steve und der Todd, sich tatsächlich bemühen darum, diese Geschichte nochmal anzuschauen. Sie haben auch wirklich sehr gute Artikel geschrieben, die man unabhängig von diesem Buch jetzt lesen kann. Werden wir auch verlinken unter dem Video unten drunter, zum Beispiel zu Change as Three Steps oder ähnlichen Sachen, zur Maslow-Pyramide und all das, was sie jetzt entlarven, wo sie sich um die Geschichte bemühen. Und so sehen sie das auch bei dem Sustainable Management, dass man hier mal, wenn man anguckt, in die Anfangszeit geht, um Taylor herum, was da eigentlich wirklich passiert ist, wie Taylor einzuordnen ist, dass es da noch einen ganz anderen gibt, den Louis Brandeis, der da sehr viel mehr noch Impulse hatte und was da alles passiert ist, wie es überhaupt zu dem Sustainable, nicht Sustainable, zu dem Scientific Management gekommen ist vom Taylor. Sie zeigen auch auf, dass der Effizienzbegriff war für mich interessant, damals eher, das war Effizienz-Conversation von natürlichen Ressourcen, dass man dort sehr in Richtung Umwelt gedacht hat, dass das untergegangen ist und wieso. Dazu gibt es dann entsprechend Erklärungen und es ist also wirklich eine sehr interessante Lektüre. Naturschutz und Sustainability, nichts Neues, absolut nicht. Meine vier. Nils. Meine Nummer vier ist, reicht auch ganz weit zurück, reicht aber bis fast ins Heute und beschäftigt sich mit radikalen Denkern von Management. Das ist das wirklich Außergewöhnliche an diesem Buch. Das ist geschrieben von dem Herausgeber einer amerikanischen Management-Zeitschrift, die heißt Strategy and Business, jetzt heißt sie nur noch Strategy End und dieser Art Kleiner, der Autor war, glaube ich, 15 Jahre und Chefredakteur dieser oder Herausgeber dieses Ah, danke, du zeigst es auch. The Age of Heretics heißt das Buch und das verfolgt die Spuren radikaler Management-Denker von Frederick Taylors Zeit. Sogar noch davor setzt es an bis in die nahen 1970er, 1980er, 1990er Jahre endet mit Leuten wie Tom Peters, von dem wir ja, glaube ich, auch sehr viel halten, Peter. Radikale Denker werden hier hervorgehoben und das ist sehr interessant, das ist eines der wenigen Bücher, das Kurt Lewin eben ganz zentral als Person platziert in der Geschichte des Management, aber natürlich auch Douglas MacGregor und andere. Das ist vielleicht so das pfiffigste, raffinierteste, interessantes, dichteste Buch zur Geschichte des Management, das man sich vorstellen kann. Ich kann das nur sehr, sehr empfehlen. The Age of Heretics, Art Kleiner. Deine Nummer drei. Meine Nummer drei. Achtung, anziehen, nur lesen, wenn draußen die Sonne scheint. Ein ziemlich heftiges Buch und trotzdem unglaublich wichtig und interessant, wenn es darum geht, Management zu beleuchten und vor allen Dingen auch sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen und so Management, wie es heute populär ist. Ich meine agiles Arbeiten, New Work und Co. Das Buch beschreibt sehr, sehr schön, wie es überhaupt zu den Nachkriegs, nach Nazi-Zeit Management-Schulen gekommen ist und es beschreibt sehr schön, wie diese Management-Schulen in der Nazi-Zeit entstanden sind und auf welchem Gedankengut die aufgebaut haben. Es beschreibt vor allen Dingen auch mit einer, also ich bin jedes Mal wieder bei jeder Seite fast da gesessen und habe gedacht, what the fuck, weil sämtliche Hypes, die wir haben im Moment im Agilen, nichts Neues sind, da wieder zu finden sind und jetzt kommt das Wichtige. Das Lesen des Buches hat mich nochmal darauf geschärft, wie wichtig es ist, sich mit sozialen Systemen auseinander zu setzen, um zu sehen, wo sind die Gefahren, was muss man an sozialen Systemen wirklich entsprechend beachten, damit sie nicht in Missbrauch enden. Heute geht das nicht mehr so einfach wie der Nazi-Zeit, heute gibt es Gott sei Dank einen demokratischen Staat und Rechte, die das Schlimmste verhindern, aber dennoch führt, wenn man sich dieser Dynamike nicht bewusst ist, führt das zu Mobbing in Unternehmen, zu unguten Dingen, das ist also wirklich heftig. Ich habe ein Zitat mitgebracht zu dem Thema Leader, man muss ja heute Leader sein und nicht Manager, an die Stelle des alten, aus der Zeit des Absolutismus stammenden Gegensatzes zwischen Fürst und Untertan trete nun das Begriffspaar Führer Genosse. Das unvereinbar sei mit einer politischen Herr-Knecht- Beziehung. Wenn der Führer entschieden habe, dann habe sich in ihm der Wille der Gemeinschaft gebildet. Wenn man das liest, ein Zitat aus dieser Zeit, dann muss man dreimal schlucken, wenn man sich dann überlegt, wie heutzutage es angeschaut wird und postuliert wird, was ein Leader ausmacht. Das ist schon erschreckend. Mein Buch Nummer drei. Zumal dieses Autoritäre im Agilen fortlebt. Meine Nummer drei ist auch ein Buch, das versucht, die Anfänge von Management verständlich zu machen und übrigens auch unsere totale Fehleinordnung von Veränderungsarbeit oder Change. Und das ist wirklich ein Meilenstein. Als ich das hier gefunden habe, dachte ich, ich muss alle Leute ermorden, die mir dieses Buch vorenthalten haben. Das ist nicht ganz neu, das hier ist, glaube ich, schon die 25-Jahre-Ausgabe, das muss aus den 90ern sein, Anfang der 90er, glaube ich. Marvin Weisbord Productive Workplaces. Man soll sich von dem Titel hier nicht abschrecken lassen. Das ist auch ein bisschen dicker, also ein bisschen viel zu lesen, aber was ich besonders empfehle, sind die beiden Kapitel zu Frederick Taylor und zu Kurt Levin. Wie Marvin Weisbord die Rolle von Frederick Taylor einordnet in die Management-Geschichte und wie er Frederick Taylor charakterisiert, das hat mich offengestanden praktisch zum Weinen gebracht. Wie sensibel er die Beiträge von Kurt Levin, den wir als Sozialpsychologen, deutscher Sozialpsychologe, verorten und wie er dessen Beiträge zu Change und Management verortet, das ist einfach sensationell, das ist nah an der Poesie, an der Lyrik dran. Ein ganz fantastisches Buch, Marvin Weisbord, wer in meiner Masterclass war, der kennt auch einen Text von ihm, das hier muss man einfach haben, das hier muss man lesen, aus der agilen Bewegung konnte nichts werden, weil sie niemals war mit Marvin Weisbord verstanden hat, sozusagen. Das war meine Nummer drei. Was ist deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei, wir kommen jetzt auf meiner Seite bei zwei und eins zu Büchern, die man gelesen haben muss, zumindestens, wenn man als Profi arbeitet, beziehungsweise, wenn man Topmanagement Geschäftsführungsebene unterwegs ist. Wer die nicht gelesen hat, da ist ein ganz, ganz großes Problem vorhanden. Lesen, Komma und Verstanden vor allen Dingen. Das ist meine Nummer zwei. Also es geht um Systems Thinking in diesem Buch und zwar richtig tief rein. Wenn man sich dieses Buch durchliest und dabei einfach mal vor Augen hält, was wir so für Frameworks in der modernen Zeit einsetzen und wie die wirken und was die wirken, dann wird man mit der Lektüre dieses Buches verstehen, wieso sie nicht funktionieren können. Es ist also nicht so sehr eine Sache, die sich auf historisches Management oder auf Management Historia ansiedelt, aber es ist ein wunderschönes Buch, um mal auf den Punkt zu kommen, um zu denken, um zu kapieren, was läuft hier und was läuft hier nicht. Also eine Aussage, die er sagt, wir sind sehr, sehr, sehr symptomfokussiert und dass unsere Probleme, die wir haben, oft als Events dargestellt werden oder gesehen werden, dass wir Events sehen und in diesen Events die Probleme sehen. Aber Probleme sind immer Systeme. Problem Messes, glaube ich, Nils, hattest du auch mal gesagt. Wenn wir also nur das uns anschauen und nicht die darunterliegenden Gründe, dann werden wir immer mit Short-Term Lösungen arbeiten, die kurzzeitig auch zur Verbesserung führen, aber im Nachgang mittel- bis langfristig zu einer massiven Verschlechterung und das sehen wir immer wieder. Ist übrigens auch auf deutscher Schienen, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde, diversieren und ein Klassiker der Management-Geschichte. Es ist aber auf Englisch auch gut zu lesen. Sehr gut lesbar, sehr gut lesbar. Also nicht wie Luhmann auf, es ist leichter als Luhmann auf Deutsch. Und dazu gibt es auch ein Arbeitsbuch übrigens, auf Englisch jedenfalls gibt es ein Arbeitsbuch, da hat dann Art Kleiner die Redaktion, die Herausgabe übernommen. Also da gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Peter Senke und Art Kleiner. Sehr schön. Ja wunderbar. Deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist ein Buch, das im Businessbuch einen totalen Seltenheitswert hat, eine einmalige, quasi ist quasi ein Monopolbuch im Businessbuch, denn es handelt sich um Memoiren, um eine Autobiografie. Und das gibt es ja ganz selten. Peter Jocker hat eine Autobiografie geschrieben, die ist sehr schlecht, aber Warren Bennis, den ich gerne den Hemingway der Management-Geschichte nenne, also ein wirklicher Storyteller, ein wirklicher Erzähler, ein unfassbar weiser, wunderschön geschriebenes Buch hier. Das sind tatsächlich seine Memoiren, ganz besonders interessant für jeden, der sich für Beta interessiert, ist natürlich, er war der Hauptschüler von Douglas MacGregor, er hat auch das unvollendete, zweite große Buch von Douglas MacGregor fertiggestellt worden, Bennis ist selber eine Autorität geworden im Bereich Leadership. Viele Begriffe, die er benutzt in diesem Buch, den würden wir so heute nicht zustimmen sicherlich, also wie er Leadership definiert, dem muss man nicht unbedingt zustimmen, aber dieses Buch ist wunderschön, ein wunderschönes, fettes, sauinteressantes Leben eines Großdenkers der Managementgeschichte, er trifft Literaturnobelpreisträger, ist an politischen Bewegungen beteiligt, es geht ums Essen, meine Liebe zur Abalone habe ich zum Beispiel von Warren Bennis geerbt, dank dieses Buchs. Ich kann das nur euch allen sehr ans Herz legen, wenn man was wunderschönes über Managementgeschichte, eine wunderschöne Interpretation der Managementgeschichte lesen, mit ganz vielen Figuren, die wir als Beta-Vordenker auch bezeichnen würden, dem sei das Buch hier empfohlen, Still Surprised, schöner Titel auch, ich bin immer noch überrascht, gestorben ist er glaube ich vor zehn Jahren ungefähr, es ist recht aktuell und ganz, ganz toll gemacht. Kommen wir schon zu deiner Nummer eins, Peter. Jetzt kommen wir schon zu meiner Nummer eins, exakt, eben hast du den Namen schon genannt und dieses Buch vom Schüler zum Lehrer darf natürlich nicht fehlen, es darf nicht fehlen, es ist ein Buch, wenn man sich nicht nur die genialen Artikel von meinem Kollegen Nils Pfleging über Theorie x, y anschaut und über das Paradox, was dahinter steckt, sondern wir werden den Artikel mal verlinken zu dem Theorie x, y und zu dem MacGregor Paradox, der ist sehr gut gelungen, danke dir Nils. Das Buch an sich ist neben, dass man nochmal Theorie x und y aus erster Hand beschrieben bekommt, eine Offenbarung. Wer sich damit beschäftigt, mit der Frage, was bitte schön hält uns in Command und Control, der bekommt dort ein paar sehr saftige und klare Antworten. Es ist auch hier ein gut lesbares Englisch und es ist eine Offenbarung. ganz interessant an dieser Ausgabe, du hast ja da die 25-jährige Ausgabe, einige der Kommentare sind so, dass ich sagen würde, ist alles falsch, was da drin steht, es widerspricht allem, das sind Kommentare in dieses Buch eingebaut von heutigen Kolleginnen und Kollegen, Rosbeth Moskentor oder sowas hat einen fürchterlichen Kommentar geschrieben, der ist meiner Meinung nach komplett Banane, aber es steht alles drin und sie widerspricht in diesem Buch, also es ist Wahnsinn. Da kann man also kritische Lektüre dann üben. Absolut, also wenn man die Kommentare anguckt und die Vorworte, die da drin sind in dieser Annotated Edition, dann ist es tatsächlich so, dass man live sieht, wie hier mit ja mit diesen ganzen spinnenden Annahmen gearbeitet wird und daran festgehalten wird, also exakt das gemacht wird, was uns der Douglas MacGregor in seinem Buch beschreibt, ist der Hammer, ist der Hammer an der Stelle. Danke Nils, genau. Kann man also in mehreren Dimensionen lesen das Buch. Meine Nummer 1 ist auch ein totaler, das eben war ja von 1960, wir sind jetzt in den 70er Jahren, Managementgeschichte, Managementgeschichten, also das hier ist quasi Managementgeschichten, könnte man sagen, ein praktizierender Manager jener Zeit der 1970er Jahre, Robert Townsend hat dieses Buch geschrieben, das ist also eine Ewigkeit her, noch vor meiner Geburt ist das Buch geschrieben worden, tatsächlich 1970, es war auch ein Bestseller. Das Interessanteste daran oder was faszinierend ist, finde ich, an diesem Buch ist, dass er den Beta-Kodex ohne ihn theoretisch auszubuchstabieren, in der Praxis ausbuchstabiert, stehen da wunderbare Sätze drin zum Thema Office Hours, also Arbeitszeiten, jeder, der über 150 Dollar die Woche verdient, dem sollte es erlaubt sein, die eigenen Arbeitszeiten festzulegen. Also grundlegende Sachen, die schon 1970 verstanden wurden, wir tun heute so, als ob das neu revolutionär irgendwie radikal wäre, das Schlimmste an diesem Buch ist, Robert Townsend hat das alles schon aufgeschrieben vor 52 Jahren, damit ein Besseler, natürlich haben wir das alle hinterher vergessen, verdrängt und möchten es nicht wahrhaben, aber alles, was vernünftig ist in Sachen Organisation und Management, hat Robert Townsend hier damals schon ausbuchstellt. Das ist ein unglaubliches Buch, ich habe mich damals so geärgert, als ich das gefunden habe, weil ich dachte, wie bitte, ich musste mir das alles mühsam erschließen und dieser Mann hat das alles schon vor ewigen Zeiten geschrieben, ich hasse diesen Mann, aber okay, das ist einfach ein wunderbares Buch, sehr knapp, das ist mein knappstes, deswegen kommt es jetzt auch am Ende, sehr knapp, sehr pointiert, sehr lustig, also es ist unfassbar lustig zu lesen, gerade weil es wie eine Zeitreise ist. A New Work ist gar nichts New, Robert Townsend ist der eigentliche Erfinder, nicht Friedhoff Bergman, lächerlich. Wollen wir noch einen Bonus-Inweis geben? Ich gebe noch einen Bonus-Inweis. Du, der Anwesenden, muss man natürlich auch lesen, ist tatsächlich, wie viele deutsche Bücher haben wir empfohlen? Nicht so viele, zwei nur insgesamt, mit dem hier. Mit dem sind es zwei, exakt. Die anderen waren tatsächlich, den Peter Senge gibt es ja auch auf Deutsch, haben wir gesagt, also es ist nicht so viel Gutes veröffentlicht zum Thema Management-Geschichte, dieses ist vielleicht eine schöne Alternative für diejenigen, die das auch gerne weiter verschenken unter die Bettdecke und das Kopfkissen legen wollen, Enge-Kunst. Ist ja ein Buch von dir und du hast es anständig gelesen, sehe ich gar nicht, mit Markierung. Ja, hallo, war das die Silke, die gesagt hat, wer beim Lesen nicht mehr markiert, hat die Kontrolle übers Lesen verloren oder sowas, irgendwas in der Richtung. Es ist sehr schön, also A, es ist schön auf den Punkt, es ist sehr bissig, so wie man den Nils kennt und es ist vor allen Dingen sehr schön gelungen, weil es mit diesen schönen, Aquarellen noch mal ausgestattet ist. Man könnte am erst, erst habe ich gedacht, als Nils angefangen hat, hier im Buch und außerdem sind Aquarelle drin, habe ich gedacht, ja, so what? Aber es gibt einem ein anderes Lesegefühl. Die sind von einem echten Künstler, Christian Rothmann aus Berlin. Übrigens, sehr schön schließlich auch eine Klammer zwischen dem Paper, das wir am Anfang erwähnt haben, natürlich und diesen ganzen Buchempfehlungen. Insgesamt haben wir jetzt neun, also achteinhalb Bücher empfohlen, das ist das Kleinste sozusagen. Ihr seid eingeladen, natürlich ist es auch mit uns zu diskutieren. Wir machen gleich eine Session, in der wir über Management-Geschichte, Management-Geschichten reden. Gerne auch persönliche Blicke auf Management-Geschichte Management-Geschichte.